hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heiligabend ist vorbei ich hoffe ihr habt alle eure lieblingsgeschenke wo ihr euch gewünscht habt und hattet gut gegessen so heute kommen hier mal die ganzen karten aus dem advents kalender video es wird auch noch ein mappen update geben so erst mal hier die ganzen karten wo hier im adventskalender waren das war hier dieser stapel alles aus dem adventskalender video so da haben wir hier serensen von köln hier haben wir raschika von werder bremen dann haben wir die limi von hannover 96 backer lords hier haben wir wendel von leverkusen hier haben wir ribery als bundesliga moment hier mit dem nächsten bundesliga moment kader abeck von der tsg hier haben eine klub 100 von augsburg max ich mache uns mal anders da so die hier die normalen base hier die bundesliga momente und hier dann die klub 100 so hier haben eine base karte nikolai müller von frankfurt dann haben wir bundesliga moment kuno prianka von schalke hier haben hier tiago von den bayern hier haben wir bundesliga moment chinchi kakawa von dortmund hier haben wir noch matchwinner von dortmund dialo dann haben wir hier die klub karte von kladbach hier haben eine klub 100 paar flanker von bremen hier haben wir bundesliga moment kai havertz von leverkusen base karte die guzmann von frankfurt dann bundesliga moment upameciano von leipzig dann haben wir hier terrotte als base karte von köln hier ist bundesliga moment erik tommy von stuttgart der nächste bundesliga moment makoto hassebe von frankfurt hier haben wir jovic von frankfurt dann haben wir den nächsten bundesliga moment patrick hermann von kladbach hier haben wir halstenberg von leipzig dann haben wir hier klub karte fortuna düsseldorf hier haben wir robert lemandowski als hat trick held dann haben wir hier sven michel von paderborn hier haben wir davy selke als bundesliga moment von der hertha hier haben wir aus jollig von hannover 96 hier haben wir wieder raschika als bundesliga moment von werder bremen hier haben wir starspieler oliver baumann von der tsg da kommen wir mal hier hin dann haben wir hier matchwinner pirmin schwegler von hannover 96 ah nein das ist ja kein matchwinner hierher so dann haben wir hier oliver sorg von hannover 96 dann haben wir bundesliga moment kevin danzo bundesliga moment ilas bibo von hannover 96 dann haben wir oma mascarell von schalke 04 waldemar anton von hannover 96 dann haben wir bundesliga moment de plasis von mainz 05 hier haben wir wieder pascal stenzel von freiburg dann haben wir hier ribery von den bayern natürlich dann haben wir lebendowski von den bayern dominik kohr von leverkusen bundesliga moment nils petersen von freiburg tobias kempe von darmstadt manchmal muss ich überlegen welche was für erwarten zu welchem verein ist bundesliga moment renatos steffen von wolfsburg lars bender von leverkusen bundesliga moment ruben hennings von fortuna düsseldorf saliv sané von schalke bundesliga moment tim leibold von nürnberg michael gregoritsch star spieler von augsburg und die letzte karte ist benjamin parrath von stuttgart als matchwinner ja das waren die ganzen karten aus dem adventskalender ich werde die auch alle ins album machen das werdet ihr dann auch noch sehen dann sage ich mal bis irgendwann ich sage mal nix jetzt und dann noch schöne tage und ciao bis